Hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum vierten Countdown. Heute ist der vierte. Noch vier, vier, vier Tage bis Weihnachten. Also ich bin völlig im Stress. Ich muss einpacken, schon wissen, was ich anziehen soll. Beziehungsweise ich hoffe, ihr wisst ja, ich sehe aus wie an den letzten Tagen. Ich habe mich hoffentlich bis jetzt erholt. Also ihr werdet es ja in den aktuellen Videos dann sehen. Weil Laura und ich haben uns beide einfach dafür entschieden, natürlich auch ein bisschen vorzudrehen, ein bisschen vorzuarbeiten, weil einfach die Weihnachtszeit super, super stressig ist. Und heute haben wir Päckchen Nummer 20. Und ich bin echt gespannt, Leute. Da steht drauf Naschen ohne Kalorien. Gibt's das? Gibt's das? Ey, geil. Und zwar habe ich von der Laura ein Balea Handschaum Cake Pop gefunden, gekriegt. Und liebe Laura, ich habe das in der Tasche und zwar ein Himbeer Cake oder sowas mit Himbeer. Und ich liebe das abnormal. Also Leute, wenn ihr ein richtig süßes kleines Geschenk sucht, gell, dann kauft euch dieses Balea Handschaum und verschenkt sie einfach. Weil ich glaube, die kleinen Sachen sind oft die schönsten Sachen, die ihr habt. Und wir müssen zu Weihnachten auch nicht so wahnsinnig auf den Konsumzug aufsteigen. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass ich so Leute kennengelernt habe bei YouTube, die vor allen Dingen alle auch Ahnung haben, was man kauft und was man trägt. Also lieber Schatz, vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut darüber, weil ich brauche die halt unnormal oft in der Arbeit. Und ich muss sagen, die sind auch wirklich ganz arg toll für die Hände. Also die Sheer Butter zieht halt total gut ein. Und wie gesagt, der Mandelduft ist abnormal schön. Wir sehen uns morgen beim Video Nummer, oh mein Gott, 21 schon. Und da haben wir auch schon den dritten Tag vor Weihnachten. Und da haben wir auch schon den dritten Tag vor Weihnachten.